mal helfen weißt du ja im bank ist wirklich ein bisschen gebackt ne also sieben und sieben hast du jetzt hast du jetzt die die das ding gebaut die quelle des lebens so stimmt der zement war ja das problem aber jetzt habe ich so cool dass ich auch gerade kann ich das alles sehen wenn ich im weg bin musst du sagen ne Okay, mach mal was anderes Jetzt wieder War ja nicht die ganze Zeit hier drin Hier drin zu sitzen und einfach nichts zu tun Hast du richtig einen Platz gefunden? Ja, das kann ich gar nicht, glaub ich gerade an Ja, mach's Oh, Quatsch Oh, Quatsch Oh, Quatsch He is hammering Der Boy Der gönnt sich einfach Der will ganz schnell, dass die Der will einmal verschleitzen, dass sie fertig wird Die Oase hier Der hat da wirklich Lust drauf Er hat Lust auf Pumpen Lust auf Pumpen? Was? Ja, so im Fitnessstudio Wie die, die Pumpen Ne, 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 ne Der macht das zu schnell Normalerweise im Fitnessstudio machst du ja sehr viel Gewicht Ne, und dann machst du die Bewegungen halt langsam Damit sie halt Damit sie halt mehr ankommen Naja, es gibt Leute, die machen auf Kraft und es gibt Leute, die machen auf Ausbauern Die machen halt weniger, aber dafür Guck mal, da steht direkt drin Das gefällt ihm Mir auch Das sieht wirklich sehr schön aus mit den Blumen Ja So, für die Waffen Waffen, die in der Luft stehen In der Luft stehen Gut, für die Waffen-Flies-Waffen-Flies-Waffen-Flies-Bandwerk Müsste halt Reve 32 sein, ne Reve 32 Ich würde sagen, mal mal den anderen Boss und dann Stimmt, ja, wir wollten ja noch ein Wir wollten ja noch da oben den, ne Den Elf-Igern Den Elf-Igern Ähm Ich denke, wenn wir mal den 30er Aqua gemacht haben, dann Achso, jetzt kann ich auch noch ein paar Mega-Piles für einfach Hm Ja, komm 77 Let's go Wait Das hat er nicht gemacht Oh no Weil wieder weniger irgendwie da ist Als eigentlich Äh, ja, okay Nee Das ist noch ein bisschen Das ist noch ein bisschen Bangell im Server hier Manchmal erfasst er ja das, äh Inventar nicht richtig Was da ist und was nicht Hm Bist du schon, bist du schon los? Nee Ich hab mich gefragt, ob ich noch Was abgreifen Was meinst du abgreifen? In Sphären oder so Achso, ja, ich hab jetzt Munition mehr Für die Ich hab jetzt, äh, hier Äh, ein paar Sphärchen Ich hab nur noch sieben Munition Sieben Munition Hm? Ähm, da muss ich dann mal gucken Oh Cinemoth Die Dinger, die bringen hier Ähm Ich muss noch ein bisschen beschützen Ich trinke nämlich Honig Nee, 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 nee Lassen wir die kleinen Bälle wieder verbandern Bleibt drin Ja Ja Ja, sehr schön Oh, der hier links hat aber was Schönes drin Ja, warte Ist das denn? Ist das nicht das Ding, das wir im Turm bekämpft haben? Wo, wo, wo bist du? Wo bist du? Äh, nee, genau, ja, nee, das ist nämlich was anderes Ähm Das ist dieser Moss-Moss-Dingspumpsen da Oh Gott Ich dachte, das wären Freunde Nee Nee Äh Äh Oh Ich fahr dir mal weiter Ich go Nein Meiner Okay, gut Ja Oh Ähm Habe ich jetzt die Massen ausgeführt? Danke, und dann bleibt er noch nicht mehr zu hin Sehr schön Oh Das Sinema ist bei mir eingesperrt Ähm, ist das überhaupt? Okay Keine Ahnung, was damit passiert ist Sehr schön Sehr schön Weg damit Na, sag mal Lässt das jetzt mal da drin? Was ist denn damit los? Holy moly Die sind echt nicht so einfach zu catchen irgendwie Ah, ich glaub hier ist so ein Bristler Bristler Dingspumpse Was? Hast du noch raus? Dieses Hosenknospen Dieses Hosenknospen Ah, ja, 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 genau Von denen hab ich noch gar keinen Hä? Hä? Ich hab grad irgendwie den Ball abgeprallt Äh Stopp Ich hab auf dich zu bewegen Ich hab auf dich zu bewegen What damage? Mach flott unterwegs Was bist du denn für'n Ding? Alli, hallo, Hallöchen Galeclaw Hallo Na, Galeclaw? Ich hab jetzt noch eins Ähm, Cinemorph Das lassen wir mal schön Ja, das ist schon viel besser Ich hab mal nachladen Okay, ich hab das da wechseln Ich hab's noch mal ins Gesicht geben Ich hab's noch mal ins Gesicht geben Will ich dann hoffentlich einfangen Boah, hier ist viel los Eieieieieieiei Ja, man merkt halt Wenn man irgendwo noch nett war Dann Hat man direkt wieder 60.000 Sachen Bevor man bewusst ankommt Das ist halt Also, das ist halt wirklich Das ist halt viel los, ey Der Boss überhaupt Ich weiß gar nicht in welche Richtung wir müssen Ähm So Fristlager Ich verwandle die Richtung Wo ich laufe Oh Mann Läuft die eigentlich von mir weg, weil Oh, ne, ne? Yay, Level 32 Okay, ich kann transporten So Ja Ich bin aber noch ein bisschen in Leben rein Let's go Why not Gayclaw kann sich porten? Oh Oh Also wie hier Äh Wie heißt der? Mhmmm Inkognito Mhmmm Inkognito, ja So, ich bin ja auch Level 32 Dann gönne ich mich noch so ein Floopy Okay Noch so ein Ristler Ristler Warum? Das war doch jetzt mitten ins Gesicht Was war jetzt das? Komm 80 Let's go Ja Nice Okay Okay, wir wollten noch bei den Boss Ja Ich guck auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung Ja, ich guck auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung Ja, ich glaub den Boss müssen wir eh mit äh mit Terraspheren fangen Ich guck hier auch immer noch nach so Liftungsstatuetten Ich brauch noch eine Was? Wie? Noch eine? Was? Dann kann ich ähm den auch mal verstärken Äh Dann hast du mir aber von einigen nicht Bescheid gegeben, ne? Weil ich brauch noch vier Die von einigen Ja Das sind einige Ja, doch schon Also Irgendwann viel Ach so muss ich mehr suchen Ich sag dir jeder an Ja, dann gehe ich halt suchen Mach ich halt ohne dich Oh Na ja Ja Ich geb dir jetzt immer Bescheid, okay? Ja, ich würd's hoffen Ich bin hier runter schon zum Boss gerannt so'n bisschen Wann ich auch da? Hallo Gagga? Aber warum ist das wieder nicht abgeladen? Ähm Okay Äh, Damage ist vorhanden oder was? Uh Uh Okay So Er ist für mich, ne? Ja da Warte Ich würde noch den Fall meines Vertrauens Ich bin drei Jo Uishi Huch Was macht der denn? Nichts macht der Ich muss sagen, ich find den Elfie dran echt sus Ja Ich glaub der kommt mal tief Oh, was ist wieder mit mir? Pass mich Oh, ich glaub Buschi hat sich Boah Nice Mann, die schieben den weg Was war so ewig zum Naderladen, Mann So lange muss man schon gucken Dass man richtig steht, dass man sich gut platziert Ja Dass man in die Angriffe reinläuft Au 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 Okay, ich nehm mal weg Ich nehm weg Die unterschiedlichen, wenn man kein Ex hat Äh, ich versuch's Wir hängen unter Terrasführer 14% Nein, 34% Oh ja Oh ja Nice Nice Sehr geil Elfie dran ist genau so in welch wie er aussieht Da Elfie dran ist, durch gute und böse zu unterscheiden, neigen sie dazu von Menschen mit bösen Absichten ausgenutzt zu werden Okay Okay So, ich muss uns nochmal ein paar Kugeln machen, ja Aber eigentlich wollte ich uns die Die, die lieber die, ähm, Pistole machen, weil die ein bisschen schneller schießt und ich glaub wahrscheinlich auch schneller nachlädt Wird nur nicht so viel Damage machen, aber das ist dann egal Wie kann man dafür genug, ähm, Ladung Genug was? Ladung Was meinst du, Ladung? Dingsis Dingsis, bohmsis Ja Sand Meinst du Öl? Meinst du Öl, oder? Munition Achso, ja Munition können wir ja, Munition können wir ja craften Das ist auch nochmal so ein Lager Aber da würde ich jetzt wahrscheinlich ungern reingehen, weil wir nämlich auch die, also ich hab auch gar keine Munition mehr und so Und ich hab auch nur noch Giga und Terrasphären, das ist halt das, das ist das allerärgerlichste Ich hätte gesagt, wir ziehen uns wieder zurück Die sind Flupi gerne Ich kann mir hier noch so'n, äh, Pistler holen Immer wieder dieses, ne? Klar Man Huch Ich schieße auch nicht dicht daneben, wenn wir das Ding direkt überschneiden Also, hallo? Ha! Ha! Mit 86% Achja Oh, ich glaube, wir müssen nochmal zurück Wir müssen zurück Wir müssen zurück, was? Also, ja, wir müssen zurück Definitiv Also, zu dem, wo mehr hergekommen sind Ja, 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 wohl Ich hin nochmal auf Nur noch zwei sind immer auf Und mittlerweile haben wir auch ein bisschen Honig Ähm 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 Da sind ein paar Liga, der paar Freunde Und so Komm, jetzt bitte nicht Oh, juh, 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 juh Ich dachte, ich Ich kack vom Ziel ab Jellit macht da mit Das ist, äh, nämlich tot Und fern Jetzt könnte man auch so langsam... Oh, was bist du denn? Ein Robinquill. Hallo? Bist du ein... Okay, lass mal das da wegnehmen. Ein Robin? Ja. Go! Bleibst du bitte drin? Ja. Nee. Bitte drinbleiben. Ja. Ja, 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 sehr schön. Das ist nur ein schlafendes Cinemoth. Ein paar Floppies. Ich glaube, ich baue noch zwei. Ich mag die Art und Weise, wie du das sagst. Was? Cinemoth? Ein paar Floppies. Ein paar Floppies. Level Chef. Von denen habe ich auch noch nicht so viel, aber ich kann jetzt nur noch Terrasphären werfen, also lasse ich das mal besser. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt mit einer Terrasphäre zu farmen. Definitiv nicht. Deswegen kann man hier noch ein bisschen arbeiten lassen. Ähm, du hast doch ganz viele Pfeile bekommen. Kann ich davon ein bisschen... Ich wollte gerade sagen, kann ich davon ein bisschen was haben? Ich habe keine Pfeile mehr. Äh, legen wir die noch da rein. Seltene Fehler. Da habe ich auch geguckt. Okay. Interessant. Salatsahmen. Salatsahmen haben wir auch schon. Das da rein, das da rein, das da rein, das da rein, das da und das da. Pistolen, Munition. Das habe ich eh nicht mehr. Sehr schön. Eine Pistole kann man doch anfertigen. Man könnte sogar zwei Pistolen anfertigen. Dann machen wir das doch. Wir müssen uns nur... Ach Gott. Dieser Paar-Schwarm. Oh Gott. Jetzt ist die Frage, wenn das auf dem anderen Ding ist, hast du genug Materialien, um bei dem anderen vielleicht auch zu sagen, dass die aggressiv sein sollen? Sofälligerweise. Weißt du das? Ach, sie kommen von hier. Ah, hier. Also, dass du bei dem anderen auch eine... äh, links bauen kannst. Äh, was, was, seit... Die kommen von der anderen Seite. Ähm, äh, Flug, Flug, Flug? Hallo? Scheiße. Äh, was seid ihr? Die haben Paltpferden einfach nicht wach. Scheiße. Paltpferden? Upa. Ja, was hier wird übel. Oh Gott. Einmal Paltpferden? Was seid ihr denn jetzt? Kein fucking Paltpferden? Ich bin gleich tot. Ich bin tot. muss ich jetzt erstmal hier... haben wir ein klein wenig Zeit? Like. bigайн Oh nein, ich bin gescheu. Oh nein. Es gibt noch noch Nightwings dabei. Ach, herrlich. Oioioioioioi. Ähm, ich zieh mich mal gerade... Ich muss mal hier ins Haus rein. Was ist das? Roshi ist da. Ist da noch zwei Nightwings? Ich bin auch tot. Ja, weil wir beide jetzt gestorben sind. Oh mein Gott. Ja, wir können direkt am Lager eigentlich wieder spawnen. Und dann Zeug holen. Ach, die sind sogar direkt despawned. Okay. Heidewitzger, was war denn das bitte? Ah ne, die gehen einfach. Okay. Holy moly. An meinem Stolz. Ja. Ja gut, ist halt was wir zu tun, ne? Dann machst du halt nichts dagegen. Wir haben halt wirklich viel, viel Damage gemacht. Eieieieieiei. Ich glaube, wir müssen das hier anders angehen. Das ist mein Schlaf. Warte, was haben wir denn hier noch? Wir könnten... Sanddecke, Schlingen fallen. Fangeisen. Ah, warte, wir könnten... Warte, ich könnte hingehen und könnte hier den... Ähm... Ähm... Äh, wo haben wir es? Das... Die stationäre Armbrust bauen. Soll ich eine stationäre Armbrust bauen? Ah! Ich kann... Ich kann jetzt auch die anderen Sachen machen. Nice. Ich kann jetzt einen Tomatenacker machen. Und... Hochwertiges Parallel. Ja, wenn kein hochwertiges Parallel wäre. Ähm... Warum ist hier eigentlich... Warum? Okay. Ne, das ist nochmal zurück. Ja, jetzt ist gleich hier wieder. Add... Add... Time! I'm so sorry. Ach, ist mir wirklich so leid. Das ist... Ich kann... Also... Das finde ich echt nicht gut für Twitch. Dass man Affiliates einfach die Werbung auftritt. Ne, 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 ne. Für alle, die auf YouTube gucken... Seid froh. Wobei ich... Gar nicht weiß, wie auf YouTube das mit der Werbung läuft. Ist immer auch cool zu wissen, wie auf YouTube Werbung geschaltet wird. Ich glaube, ich muss gleich noch leider ein paar... Ähm... Wollipop... Angehen. Wegen dem hochwertigen Parallel. Wegen dem hochwertigen Parallel. Hm. Perfekt. Und... Das sind so wieder alle. Ähm... Ist das doch fertig? Ist das fertig? Ich würde da einfach rumgehen. So... Hochwertiges Parallel. Wir brauchen es. Wir brauchen das. Ähm... Du wolltest mir noch... Du wolltest mir noch... Du wolltest mir noch Pfeile geben. Öhm... Ein paar Pfeile geben. Was mit Esthetik. Okay... Oh Gott, die haben es mir aber wirklich angetan. Das war jetzt zu viel Scheiße, ich baue jetzt hier alles um Das bringt ja nichts Gut, ich gebe ein paar Läufer Nur nachher muss dieses Weizenfeld hier reichen Die richtige Weizenfeld Nananananana Nix Treibst Ich bin Zwei Das ist eigentlich gar nicht so bad Ob den Quil ist auch nicht so bad, ne? Geist Ich kann auch ziemlich viel Shit Was muss ich sagen Und der Elfi dran kann einfach nur zwei Holz abbauen Hm Was hat der für einen Lärdensattel? Okay Naja Wir nehmen das dann mit Gehen aber hier hin Dann Dann Da kennen wir einmal die da aus Da Da habe ich jetzt ein paar Naja, Haralds Brauche ich nicht Sinds, äh, das ist also ein Lambeil Lambeil brauchen wir nicht Da hinten sind wieder Bilder Super Egal, wir können Munition droppen Ja Wir sind Aber Ach, da ist so eine provisorische Brücke. Lustig. Oder wir? Ja, hier tun sich wieder so ein, zwei Momoretschen-Traddle einhauen. Ja, zwei. Das sind irgendwie immer gegeneinander am Feigen, das ist, ähm, das ist mir. Aber wenn ich dann angreife, dann ist es vorbei, dann wollen sie die ganze Zeit, dann wollen sie chillet auseinandernehmen. Dann ist es halt... Rutsch. Oh, zwei Prozent. Hm. Sechs, zwanzig Prozent, okay? Ja. Ja. Sehr schön. Okay. Dann kann ich sogar... Dann kann ich sogar den hier machen. Wo war ich nicht? Da sind ja Steine ausgewogen. Oh, 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 oh. Kannst du dich noch dran erinnern, wie viele Steine hier vorhin hatten? Äh, sehr viele Steine. Wirklich extrem viele. Hel觉得. Ja. Hehehe, einfach... Was für ein Danger! Hier gibt's kein Danger. da gibt's keinen Danger... Nual, einfach tolle die ganze Zeit zurück. Aah... Nervlich wie sonst was. Äh, nee. Nee. 6%. 20, dann noch 21. Ja. Ja. Ah, sehr schön. So. Ja, das ist ja auch noch. Das ist ja noch ein Wombro. Ja. Ja. Ja, ja, schön. oh Ähm... Hier. Hä, nix. Hm? Sicher. Du musst hier Sachen. Ich mag das nicht. Hm. Nur Sachen. Aber irgendwie... Hm. Leider bringen die Sachen nix. Das ist sehr schade, dass das nix bringt. Äh, egal. Nice. Okay. Also ich hab mal nochmal so ein bisschen... Ich hab auf jeden Fall jetzt ein bisschen gefarmt. Aber da geht noch mehr. Ich sehe, da geht noch mehr. Ich bin hungrig. Weil ich das schon seit langem irgendwie nicht mache. Ah, ich weiß warum. Weil wir gestorben sind und dadurch alles aus meinem Inventar natürlich rausgefallen ist. Und auch in meinen Essensbeutel wieder Essen reinziehen muss. Oh ja, ich habe mich nicht mehr. Oh ja, ich habe mich nicht mehr. Ich habe mich nicht mehr. Ich habe mich nicht mehr. Oh ja. Oh ja, das ist mir noch einmal. Ich kann auch noch fangen. Oder eben eine Zweite. Ich weiß es nicht. Ich habe mich nicht mehr die Tage. Ich kann auch noch mal fangen. Ich hab überall hier diese Sand-Säcke hingebaut, nach außen. Ich muss mal diese Hallen so bringen. Ansonsten setze ich die auch noch mal. Hm, hm, hm. Hm, naja. Egal. Was find ich? Oh. Was find ich? Möglich. Auf jeden Fall sicher. Was kommt? Ich fühle mich sehr sicher. Ich fühle mich noch sicherer, wenn wir jetzt eine, jetzt bald eine Pistole hier in unserer Hand halten. Dann muss ich aber noch ein bisschen Pistolen-Munition machen. Pistolen-Munition. Okay. So. Nummer 1. Ach. Langsam bin ich auch ein bisschen müde, ne? Nicht, nicht. Oh, sonst noch ein bisschen. Das ist hier nicht praktisch. So. 18 Pistolen-Munition. So, warum ist denn hier alles kaputt? Gibt's doch gar nicht. Wir brauchen ganz viel Reparaturwerkzeug. Wir brauchen noch kein Zeug mehr. So, wir können noch 15... ...75 bis 5 immer noch mehr. Die Bäume müssen weichen. Die Bäume müssen weichen. Ja, dann. Weg damit. Nicht den. Sehr schön. Der gefällt mir noch. Ja, dann nicht den. Dann, mach du die Bäume runter, die du runter haben willst. Ja. Eine Pistole ist fertig. Ja. Ja. Natürlich. Der Winsch. Gucken. Wir brauchen noch extrem viel. Von den Metallbannen. Ich siedle das Weizenfeld mal um, ne? 37 haben die abgebaut. Hm? Siedle das Weizenfeld mal um. Okay. Wir können auch jetzt ein Tomatenfeld auch machen. Jetzt wollen wir mal ein Tomatenfeld machen. Aber statt hier muss ich jetzt erstmal weg. So, ich guck mal gerade. Ich kann jetzt schon theoretisch die Waffen einfach machen. Nägel und Metallwaren. Ja, gut, okay. Gut, das ist wieder... Das ist ja... Gut, Nägel kann ich nur da machen. Metallwaren. Muss man dann gucken. Ei-Stuhl? Hat nicht irgendein Ei, was kurz vor Ausbrüttung war? Okay. Ich hab das schon nachgelegt. Ja, nee, gerade eben, ja. Aber ich dachte, es wäre noch irgendwie eins. So, jetzt drehe ich hier ein bisschen so um. Ach Gott, wie lange... Ui. Der sitzt aber lange an der Pistolenmunition. Oh, wie. Okay, ich hab's mal wieder zurückgezogen. Nägel. Produktion beginnen. Machen Sie doch ein paar Nägel. Wer fängt denn dabei? Ich brauche noch ein paar Nägel. Ich habe mal so ein bisschen um. Mach's gut. So, Nägel, 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 Nägel. Und, hab ich noch genug. Oh, nice. Die könnte es bauen. Ach Gott, versetz ich das hin. Mache ich das direkt hier, so davor? Oh, ich mach das direkt hier, so davor. So. Und? Oh. Ach man, sind die alle so glücklich, wenn sie arbeiten dürfen. Sehr schön. Ich liebe es. Nice. Jetzt kann man hier natürlich auch Sachen viel, viel schneller herstellen. Aber, wenn die Pilebox verbessern... Willst du mal wieder die Pilebox verbessern? Ja, ne? Warte. Sie haben die... Ich habe noch ein paar Brasentour-Sets. Oh, ich glaube, das ist nochmal einiges kaputt. Naja, klar, weil die halt da waren, ne? Oh, was? Hier steht noch. Hier geht noch. Chill. Nice. Wir können ein drittes Lager bauen. Brauchen wir jetzt einen verbesserten Hof? Nein, 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 nein. In einem verbesserten Hof? Wo kommt der denn? Küche, elektrische Hochofen. Ah, Level 34, verbesserte Hochofen. Ja. Net, net. I like it. Äh, Tomatenacker, willst du den skinnen? Soll ich den skinnen? Ähm, und wenn ja, wohin? Oder sollen wir gucken, dass wir dann wirklich vielleicht mal ein bisschen weiter rausgehen? Wirklich so Richtung, äh, Mitte Insel? Oder wirklich quasi, äh, uns ne weitere Base aufbauen? Ne, 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 das sowieso nicht. Aber das wäre halt die, das wäre die Idee. Das wäre die Idee, dass wir dann mal, äh, dass wir da ein bisschen weiter rausgehen, uns ne dritte Base aufbauen und dort dann halt vielleicht auch diesen ganzen coolen Shit herstellen können. Im Sinne von, äh, vielleicht Salat oder so, irgendwie was in dem Dreh. Aber jetzt mal noch eine stationäre Armbrust. Ist hier eigentlich irgendwas mit... Ist hier eigentlich irgendwas mit... Hier ist eigentlich, glaub ich, gar nichts mit... Äh... Mit Tomaten. Doch. Salat! Salat und Tomate. Er gibt einen Salat. Salat mit Tomate und Salat. Stärkert vorübergehend, das aber jetzt Tempo leicht. Ach, die machen auch immer... Ah, Pilzsuppe hält vorübergehend etwas länger satt. Ah, das wird vorübergehend länger etwas satt. Steigert vorübergehend das Arbeitstempo leicht. Chiqui-Pee-Fleisch. Oh, dafür bräuchten wir, dafür bräuchten wir halt so Chiqui-Pee. Chiqui-Pee-Pee-Fleisch ist halt nix. Aber den Salat könnten wir halt... Also den Salat mit Tomate und Salat könnten wir den... Äh, könnten wir den machen, aber ich glaube, wir haben noch keinen Salat. Tomatenfeld ist halt sehr, sehr groß. Naja. Tomatenfeld, wann kommt der Salat? Boah, Salat-Acker erst mit Level 38. Uff. Ne, 38 ist... 38 ist noch ein bisschen entfernt. Ja, definitiv. Aber da können wir erst mal die Insel ein bisschen... Da können wir ja erst mal ein bisschen in die Insel rein. Und dann legen wir noch ein paar Mal die Bosse. Nächstes Mal könnten wir noch mal alle Bosse einmal abklappern. Ja, die müssen wir ja auch alle 10 Mal fangen. Heißt, wir müssen die Minus 20 Mal machen. Ja, 10 Mal für den Bonus. Aber, ähm... Ich sag mal so. Wenn du willst dein, äh, Chillit verbessern, so richtig verbessern, dann, äh, musst du die gefühlt 100 Mal machen. Ich will auf jeden Fall sagen, mehr als einmal. Ja, das so gut. Das entgeht jede Stunde. Ja, gut, äh, das wird vielleicht ein bisschen viel... Das sind ja wirklich viele... Das sind ja wirklich viele... Das sind ja wirklich viele Bosse. Wann wird sie denn noch kommen? Bestimmt, noch einige. Okay, gut. Dann machen wir für heute Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Die Leute auf YouTube auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und, ähm... Habt das Glück. Ihr habt, äh, keine Ad-Pause. Äh, hoffentlich. Also, wirklich hoffentlich. Und, dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschö-lö. Bye, bye. Macht's gut.